Die Peter-Grüter AG in Regensdorf ist als professioneller und erfahrener Dienstleister im Sanitär- und Heizungsbereich tätig. Bei den Heizungen werden nebst konventionellen Systemen auch Alternativenergie mit Solar- und Wärmepumpenanlagen installiert. Das Unternehmen unter der Leitung von Inhaber Kurt Walter, welches immer auch fünf bis sechs Lehrlinge ausbildet, ist auch in zwei weiteren Bereichen tätig. Die Handelsabteilung vermarktet Reinigungs- und Desinfektionsprodukte. Primär für Schulhäuser, Spitäler, Hallenbäder und Hotels. Neu ist die Peter-Grüter AG auch Partner für Schwimmbadtechnik, insbesondere für grosse öffentliche Bäder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017